Kochbohrer, Spiralbohrer made in Germany. In drei Werken fertigt die Firma Koch ein komplettes Programm an HSS Spiralbohrern, Holzspiralbohrern und Mauerbohrern sowie Hartmetall bestückten Reißnadeln und Schraubenausdrehern. Die Möglichkeit eigene Verpackungslösungen zu realisieren, verschafft Kochbohrer den notwendigen Vorsprung, um auch individuelle Kundenwünsche schnell und unkompliziert erfüllen zu können. Die Erfolgsgeschichte der Firma Koch begann vor über 70 Jahren mit der Gründung des Werks in der Olpener Straße. Dem rasanten Wachstum wurde mit weiteren Werken in Ahlendorf und Engelskirchen Rechnung getragen. Das über Jahrzehnte gewachsene Know-how und die praktischen Erfahrungen unserer Kunden tragen dazu bei, dass unsere Produkte ständig verbessert und den Marktanforderungen angepasst werden. Bei der Entwicklung von Produkten gilt es, unseren eigenen, hochgesteckten Qualitäts- und Produktivitätsanforderungen gerecht zu werden. Aus diesem Grund konstruieren und bauen wir viele Fertigungsanlagen selbst. Nur so können wir unseren Kunden neue Produkte schnell zur Verfügung stellen. Unser Produktionsprogramm umfasst HSS Spiralbohrer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Holzspiralbohrer. Tschüss sur Musik 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 Steinbohrer Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020